Ich bin ein Engel und du ein Dämon. Wir zwei sind Feinde, verstanden? Das aufgrund einer unglücklichen Verwechslung in einem Hospital, der Antichrist verlegt worden ist. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir stehen nicht auf derselben Seite. Wir stehen auf unserer Seite. Wenn wir ihn nicht finden, wird es nicht der Krieg werden, der alle Kriege beendet. Es wird der Krieg werden, der alles beendet. Wo geht's denn hin? Ans Ende der Welt. Ist nicht weit. Was folgt sind die vier Reiter, die alsbald losreiten. Der letzte Kampf zwischen Himmel und Hölle. Heute Nacht wird es beginnen. Wir sind verdammt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017